Hallo zusammen, ich bin Franka Walzer, ich bin im dritten Lehrjahr aus Strassentransport-Fachfrau bei der Firma Galliker. Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung aus Theorie und Praxis macht jeden Tag aufs Neue zum Highlight. Hallo zusammen, ich bin Grils Domenik, ich bin in der Ausbildung zum Strassentransport-Fachfrau im zweiten Lehrjahr beim Galliker. Als Chauffeur hat man natürlich auch eine grosse Verantwortung, dass alles richtig gesichert ist auf dem Transport und verhebt. Mit grosser Freude kann ich das Gelehrte sofort in die Praxis umsetzen und jeden Tag wieder etwas Neues dazulernen. Ich geniesse es am Morgen sehr und freue mich immer wieder auf einen abwechslungsreich und spannenden Tag durch die ganze Schweiz. Musik 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 Wenn du all die Fähigkeiten mitbringst, was hast du gebraucht? Wir sind perfekt zu uns und mehr perfekt zu dir. Wir freuen uns auf deine Bewerbung aus Strassentransport-Fachfrau-Fachmann. Musik 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 Musik